moin moin und willkommen auf meinem kanal ich bin hermann schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute gibt es wieder ein paar impressionen aus dem wald welche meine kameras eingefangen haben im einsatz ist die isika ig 400 und ig 600 sowie die cool life h 8201 die ich schon lange nicht mehr im einsatz hatte wenn ihr regelmäßig meine videos verfolgt dann merkt ihr dass ein zeitsprung stattgefunden hat seit dem letzten video ich hatte zwar die kamera zwischendurch gewechselt aber es war in den vorhergehenden zwei wochen einfach nichts los oder das video material war eher dürftig es hatte unter anderem auch an dem schlechten wetter gelegen ende januar bis anfang februar hat es fast nur geregnet zum glück beruhigte sich etwas das wetter und es ergaben sich wieder schöne aufnahmen auch habe ich zwei standorte gewechselt wie hier bei dem umgekippten baum wo sichtlich eine waldmaus lebt und dort relativ gut geschützt ist vor der witterung und vor fressfeinden die h 8201 mit dual linsen eine für den tag und eine für die nacht hat auch wieder sehr gute arbeit geleistet das wild lässt sich von der cool life nicht stören und kommt teilweise sehr nah an die die kamera ran alle hier verwendeten kameras habe ich auf meinem kanal vorgestellt und entsprechende videos dazu findet ihr in der playlist wild und überwachungskamera sowie und in der beschreibung entsprechende links wenn ihr eine von diesen kameras kaufen möchtet findet ihr auch unten in der beschreibung so ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.